Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Deadpool Part 1. Ich will mit euch die Kampagne spielen auf der Xbox. Ich habe es noch gestern mal kurz angefangen, aber nur um ein paar Erfolge zu holen. So habe ich das Spiel noch nicht gespielt. Ich habe mich noch nicht frei bewegt etc. Aber ich nehme euch da mit. So, jetzt klopft es natürlich an der Tür. Hier war das, glaube ich. Muss ich erst den Anruf tätigen? Ah, jetzt hat sie klingelt. Jetzt muss ich gleich ran an die Tasten hier. Ich kenne Deadpool eigentlich gar nicht so. Ich habe auch noch nicht den Film gesehen, aber ich will erst das Spiel spielen und dann den Film gucken. Das ist eigentlich bestimmt besser. So, öffne die verdammte Tür, dann werden wir das doch mal tun. Ich bin bereit zum Metzeln. Ein Paket. Komisch, bei mir finden die Leute, die DHL-Leute, finden mich nie hier. Die hätten immer angeblich geklingelt und so weiter. Ich bin eigentlich nicht der Fan von diesen ewigen, langen Intros oder Zwischensequen. Bei mir muss da Action abgehen. Da muss direkt, jawohl, jetzt geht es doch los hier. Da muss direkt losgehen und rumgeballert, wenn man hier rummetzelt und so weiter. So, okay, hier. Äh, Pam, Pam, Pam. So, A, Doppelsprung. Ähm, ein paar Kombo. Auch schnell gemacht. Okay, jetzt müssen wir dann. Zack. Oh, nein, ich habe ein paar Betten. Super. beim teleportieren können wir nicht getroffen werden ist doch schon mal super jetzt hat er aber ein schlag auf B was denn da los ja und weiter ich hab noch ein Paket gekriegt oh ne Hüpfburg wenn wir mal ne Runde springen das Spiel ist schon strange jawoll was Banane wie hat Banane gesagt von dem Minion sie klaut oder was wo es weiter geht tödliche grüße tödliche grüße tödliche grüße tödliche grüße tödliche grüße kohle kreis 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 er hat es kommt progresso in kreis Eter ok ich muss mich erstmal wieder in die Steuerung über nach dem ganzen Ego-Shooter Zeugs immer ok machen wir drücken wir mal die Taste neue Verbesserung ja ich werde das hier verbessern zeig so so kreis 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 hat er doch nicht ich kann ja immer hier springen die Schrauf und Sprengerloch in die Decke hurra Sprengstoff ok ok dann machen wir das das werden wir nicht machen und jetzt hier weiter tap und oben sind wir press THE JUMP BUTTON IN MID AIR TO DO A DOUBLE JUMP AWESOME LOSS OF FYSX BED 0 oh and hold the jump button the mantle up ledges I THINK I NEED TO MAKE AN ENTRANCE Jo, warte, der ist in fetten Sprengstoff her. Aber egal. Jetzt wird hoffentlich gemetzelt. Trotteln in Sicht. Du, du bist auf Privatgebiet. Lass deine Weapons in Surrender, oder wir benutzen die Forse. Hey, Mann, das ist mir, Deadpool. Ich bin mit dir in der Schule. Was ist da, was da passiert? Sicherheit. Geh aus deinen Duff und reagierst. Ich werde in meinem Penthouse. Ich werde die Clown in hier sein. Penthouse, hm? Zeit, um die Elevator zu fahren. Wo können sie sein? Warum sind wir hier wieder? Aha, wir werden paid aus einem Billionaire-Douche-Nuzel. Das wäre Medienmogul-Mogul-Chance-White, als es mit dem Mob, der Privat-Armee, der Babys-Kreis, der klassische, einfach zu lieben. Das hat einfach nur real gemacht. Oh ja, mehr Momentum. Was machen wir wieder? Elevators. Hast du sogar noch aufhören? Natürlich bin ich. Ich habe sicher, dass du... ... du weißt, du weißt. Momentum. Ja. Lass mich das mal! Niemand kommt nach meinem Haus. Ich hoffe, dass es das wert ist. Hm. Die Elevator sind verletzt. Oh, ich weiß. Wir holen ein paar Chimichangas und warten für ihn. Oder wir finden können, um die Kraft zu verletzieren. Das ist die Kraft zu verletzieren. Das ist die Kraft zu verletzieren. Das ist die Kraft zu verletzieren. Oh, ich liebe das. Wir müssen ihn aufhören. Aufhören! Schuiter! 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 Das muss ich noch einsammeln. Die Tacos brauche ich. Da ist ein Wartungsraum. Los geht's. Neue Verbesserungen verfügbar. Dann gucken wir mal. Achso, 35.000. 65.000. Ja gut, dann gucken wir mal hier. Hoffentlich kommen die jetzt mal ohne Waffen. Ich möchte metzeln. Super, dass ich jetzt was lernen, was ich schon gar nicht machen kann. Ja, zum Anfang ist es ja normal bei den Spielen immer, dass man Verbesserungen freischaltet. Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab dich nicht gesehen. Ich habe einen leeren Waffen-fähigen. Ich bin ein leeren Waffen-fähigen. Oh, er hatte viele Gläber. das ist nicht leicht da mach mach michael das ist gut es ist ich nehme ein kann ich Ich bin mit einem Tackle Ich habe die Hand für mich nicht Die Grafik ist auch nicht schlecht. Für so ein Spiel auf jeden Fall ausreichend. Ja, das stimmt eigentlich. Das kann wirklich nicht singen. So geht es jetzt endlich weiter. Well, I gotta get to the penthouse somehow. Wie, ich hab mir vorangst in die Hosen gemacht. Maybe if I use my cat-like agility. Maybe if I wall jump. Hey, have you bought any upgrades lately? It's a down moment, you know? Might be a good time. Say it. You think the bounce house is still pumped up? Of course it is. Keep him out of the newsroom. Oh, a TV-studio. I always thought we'd make a great reality TV show. Chance White dies in the hands of super sexpot mercenaries. Sorry at 11. Hallo, warum macht er das jetzt nicht? So. Das muss immer jemand sagen. Aber dafür wird er da, um das rauszufinden. Break out the heavy firepower! Stop this freak! Look at me when I'm talking to you. Look at me when I'm talking to you. Kill him! Der nächste ist. Kommt doch alle her, bitte. Kommt doch alle her, bitte. If I cut you, do you not bleed? Die müssen dich maledien maaten. Oh, der andere ist doch vor mir! Der weiß doch nicht. Bezüge. Lass dich maledien aus. Der weiß doch nicht. Der weiß doch nicht. Der weiß doch nicht. Der weiß doch nicht. Wir sind hier! Schmuck! Schmuck! Aber es wird schwer für Sie sehen wie großartig ich bin! Auf geht's! Sie sind aus den Katwals. Auf geht's! Es ist Zeit für die Arbeit! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Sie sind in der Zeit. Sie sind in der Zeit! Ich werde es mit der Antworten zu sein! Ich muss es mit dem Handelnbeutel beitere. Ja! Das war mein Lieblingsgelad. Kannst du sie zurückziehen? Ich... Es ist nicht mehr zu verkaufen, wenn sie geworfen wird. Ich bin ein Escape-Man. Ich bin ein Escape-Man. Ich bin ein Escape-Man. das war unnötig gerade aber dieses momentum also munition braucht man sich hier auf jeden fall keine gedanken schwebbel 2 extra schwebbel 9.99 Das war's für heute. Du denkst, du bist großartig, Deadpool? Du bist nicht schade. Ich habe gefährliche Freunde, Leute, die dich enden! Du bist jetzt aus deiner Liga! Du gibst die Kaliber, der Mann hat den Schwert, du musst mich verhörtern, dass du meinen Schwestern verhörst. Dein Blut sieht gut an meinen Wolken. Ich denke, ich werde es so halten. Aber manchmal brauchen wir halt auch. Man geht ja nicht zur Schießerei mit dem Messer, ne? Zack, 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 zack! Ja, ich denke, ich auch! Haha! Nee, ich glaube ja nicht. Du weißt, was das beste ist? Du glaubst, du denkst, dass du es wirst. Vielleicht muss ich ihm mal wieder was erwerben. Hm. Das ist für mich wichtiger hier. 8000. 8000. Dann krieg ich natürlich nix. War aber Blendgranaten krieg ich. Hau mal hoch. Hat der bestimmt Gegner kommen? Oh ne. So. Okay. So. Und weiter geht's. 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 Auf geht's. Wie ist das? Das ist ein Problem. Und weiter geht's. Es gibt noch nicht. Und weiter geht's. Ähm. Sperre. es gibt die kliniken und hat ab kopf ab da geht was ist es nicht eigentlich zu verboten für deutschland verboten früchte schmecken am besten aber viele wissen was ich meine die 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 es ist mit bullet 500 weit natürlich schlecht schnapp dir den Helium drehen ein paar Runden schocken es ist Prepare to be a maze Oh, that sounded like bowling I can't kill that shotgun with my guns, but I can scare them The next question is Is my gun still alive? I can't die right now I have an employment Oh yeah, is my gun still alive That one doesn't suck But we don't have it We don't have it yet I don't know if I have to run here Or if I have to run here in the Heli But I'll do it again So, here is the only way to the top Man Oh, yeah You're gonna need both hands to shoot that minigun Says who? I do stuff with one hand all the time Jawoll! We have a weapon I got some ammo to spend So, use him! I'm gonna do it I'm gonna do it Just try it We have a weapon We have a weapon on our left It's so loud, I can barely hear myself think I was thinking the same thing What? Oh! We have company behind us Make it slow We can do it all day Yeah boy Woooo! Get Shark 2 Air Force now! Sharkfoot is compromised Shark 2, blow it out of the sky Get there! We got a bad feeling about this Keep it steady, Tinkus Geez, I can fly better than that Hey, you give me an idea No, wait We're flying! We're flying! We're flying! We cannot fly We cannot fly Well, it is good to have dreams Dreams? Yes Delusions? No! Yeah! You know what else is good to have? Skills Oh This might be a good time to buy some upgrades So buy upgrades So buy upgrades Kingmaker Schrotflinten Jo Das hört sich gut an 80.000 Schrotflinte Spielerverbesserung Hier geht auch was Ja Kommt mir so vor Als wenn jetzt irgendwas größeres passiert Weil sonst würden die nicht sagen, dass ich mir was kaufen soll Ah ja, okay, Feuerwaffen Gadgets Oh ja, fuck Wow, this is really, really freaky I could snub a penthouse I knew we'd make it Now, where is the man of the hour? Senor chance, Blanco Where you can't get me, freaky My penthouse I can't do that I can't do that Tap No wonder the cops are always blasting me with these things Shotguns wrapped Boah Boah Bigger than you Better than you Better than you And he's purpose built Ah ja, da hat der die Seite Kommt doch vor uns Das geht Oh Der ist bestimmt nicht ohne Oh Der ist bestimmt nicht ohne Der ist bestimmt nicht ohne Notfall Problemlöser heißt die Waffe Naja, das läuft so Komm her Eh, gut Alla, die Waffe feiern lassen hat. Ich denke, man kennt ja noch was. Kallerspänning. Alles kaputt gegangen. Was awesome! I told you, 20 ounces. That was pretty sweet, though. How's that for impenetrable, asshole? Careful, we still need him alive. Exactly how alive are we talking? Bam. You're insane! Not as insane as you think. Ah, banana! Yeah, that was fun! Yeah, it was okay. Well, it's not like we get a do-over on this one. The hell we don't! So, Leute, das war's mit dem ersten Teil. Wir sehen uns natürlich demnächst. Bald. Schon sehr bald. Bei dem zweiten Teil. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Abonniert uns. Für mehr. Wir spielen nicht für Deadpool. Wir spielen nicht. Alles breit gefächert. Und ich wünsch euch was. Now that's what I'm talking about. Peter, my man! You see all that? Haha. Buttload of awesomeness. Deadpool, you idiot! Do you know Luca? Wie funktioniert Bioditor? Da characters bis zu deriensten Teil der Kuss. Ja.